Musik Eine der schönsten Naturregionen Europas verzaubert seit Jahrhunderten ihre Urlaubsgäste mit beeindruckenden Landschaftsbildern, milden Temperaturen und einer üppigen mediterranen Vegetation. Die Region rund um den größten Binnensee im Norden von Italien. Musik Eingerahmt von einer alpinen Gebirgskulisse und gesäumt von malerischen Dörfern und berühmten Orten fasziniert der Gardasee Besucher aller Altersgruppen und erscheint vielen Mitteleuropäern nach der Überquerung der Alpen wie ein irdisches Paradies. Musik Das ganzjährig milde Klima am Gardasee ermöglicht eine typisch mediterrane Pflanzenpracht aus Olivenbäumen, Palmen- und Zitrusgewächsen vor einer in den Himmel ragenden Berglandschaft, die sich mit weinbewachsenen Hügeln abwechselt. Musik Für viele Reisende wurde diese Region zum Inbegriff des Italiens der Romantik, dem Land, in dem die Zitronen blühen. Musik Der Norden des Sees gleicht wegen seiner Einengung eher einer Fjordlandschaft. Musik Steil aufragende Berghänge sorgen für einen konstanten Wind für Segler und Surfer und romantische Urlaubsorte wie Limone für stilvolle Urlaubsquartiere direkt am Seeufer. Ganz im Norden pilgern viele Besucher zu den imposanten Wasserfällen, um ein besonders rauschendes Naturschauspiel beobachten zu können. Musik Ein Urlaubserlebnis der maritimen Extraklasse ermöglichen die zahlreichen Fähren und Schnellboote. Die zu einer eindrucksvollen Schiffsfahrt entlang der sehenswerten Orte am Westufer wie Tosculano, Gardone und Salou in Richtung Süden einladen. Musik 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 In allen Orten am Gardasee verwöhnend stilvolle Karten, Cafes und traditionsreiche Restaurants die Urlaubsgäste mit regionstypischen Spezialitäten und bieten beste Voraussetzungen für den Genuss der italienischen Lebensart La Dolce Vita. Musik Für Weinliebhaber sollte der weltberühmte Weinort Bardolino am Südostufer unbedingt auf dem Reiseplan stehen. Musik Im Spätsommer empfängt der Ort seine Gäste zum größten Weinfest des Jahres, zu dem sich an fünf Tagen über 100.000 Besucher einfinden. Musik 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 Am Ostufer überragt der Bergrücken des Monte Baldo das Küstenparallon. Musik Wegen seiner üppigen Alpenflora wird das 2200 Meter hohe Bergmassiv auch als Garten Europas bezeichnet. Musik Ganz gleich, ob sie sich ein lohnendes Ziel zum Aktiv-, Bade- oder Erholungsurlaub suchen. Die genussvolle Lebenskultur am Gardasee mit bunten Märkten, erstklassigen Weinen, charmanten Gastgebern und umgeben von einer traumhaften Landschaftskulisse wird Ihnen eindrucksvolle Urlaubstage und köstliche Momente garantieren. Musik Verbunden mit einem natürlichen Hauch Zitronenduft, der immer in der Luft zu liegen scheint. Musik 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 Besonders traditionsreiche Terrassen mit Zitronengärten und endlose Olivenhaine prägen das Bild des beliebten Ferienorts Limone am Nordwestufer. Musik Musik Der Charme dieses Ortes begründet sich in seiner terrassenförmigen Bebauung am Fuß eines steilen Berghanges. Zahlreiche Hotels verwöhnen ihre Urlaubsgäste mit einem faszinierenden Ausblick auf weite Teile des Nordufers. Musik Sehr beliebt sind die traditionellen Wochenmärkte, die zum Einkaufen von Produkten aus regionaler Erzeugung einladen. Musik Ob der Ortsname Limone sich von der Zitrusfrucht oder dem lateinischen Wort für Grenze Limes ableitet, ist bis heute noch nicht endgültig geklärt. Musik Die Zitrone wurde aber zum Wahrzeichen erklärt und ziert unzählige Souvenirartikel in den Einkaufspassagen. Neben Souvenirläden reihen sich auch viele Boutiquen aneinander, die zum stilvollen Einkauf von hochwertiger Mode verführen. Musik Beim Bummel durch die Altstadt ist ein Besuch der Pfarrkirche San Benedetto aus dem 17. Jahrhundert zu empfehlen. Wandmalereien, Kruzifixe und historische Gemälde schmücken den Innenraum. Wer ein Naturschauspiel beobachten möchte, wandert zum Sofino-Wasserfall. Über einen leicht ansteigenden Weg oberhalb der Uferstraße Garnisiena kann der Wasserfall zu Fuß erreicht werden. Über mehrere Kaskaden warnt sich der Wasserfall rauschend seinen Weg in die Tiefe und zahlreiche Sitzgelegenheiten laden zum Entspannen ein. In unmittelbarer Nähe befindet sich die alte Ölmühle Via Campaldo, in der sich ein Olivenölmuseum befindet. Die Besucher erhalten hier interessante Informationen über die Ölherstellung und können im angeschlossenen Verkaufsraum viele Produkte verkosten und einkaufen. Ein weiterer Besuchermagnet in Limone ist der Hafen mit seinem bunten Treiben. Entlang des Hafens von Limone erwarten die Gäste viele Cafés und Restaurants mit italienischen Spezialitäten und ermöglichen das Beobachten der einlaufenden Fähren. Limone ist ein optimaler Ausgangspunkt für eine persönliche Schiffstour auf dem Gardasee. Im Ticketshop stehen verschiedene Routen dafür zur Auswahl. Im Ticketshop stehen verschiedene Routen für die Schiffstour auf dem Gardasee.